Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ranzratte und ich habe sehr, sehr viel Spaß an dieser Schrotflinte hier gefunden. Und da dachte ich mir, vielleicht kann ich dem einen oder anderen Spieler mal das Game hier versauen und ein bisschen mit der Schrotflinte hier rumpimmeln. Flashbang! Cut! Und alle sind zu blind. Reloading! Random! Oh. Guten Tag. Reloading! Wiederhole. Relo... Was? Ranzratte-Hack. Okay. Ja, klar. Ranzer-Ratte. Ich hecke. Verdammt. Ich hecke? Okay. Ja, klar. Okay. Ich hecke. So schlecht, wie ich gerade spiele, hecke ich. Das ist der Schlimmste und der... Keine Ahnung. Das ist der schlechteste Hacker der ganzen Welt sein, ey. Wo ist er denn hier, Alter? Mein Gott. Hallo. Jetzt habe ich die falsche Tasse gedrückt, ey. Ah, 5 zu 3. Aber guck, wie geil mein Hack war. Ich habe sofort gesehen, dass er die Treppe runtergegangen ist. Was ist denn mit dir hier verkehrt? Legt er sich hier hin, Alter. Hallo. Entschuldigung, da hat gerade mein Hack versagt. Konnte ich ihn nicht reanimieren. Ich, Alter, Schlawiner. Well, Ranzratte. Know your own... Saber-Hacking. Was? Alter. Behindert? Was wollen die von mir? Was haben die denn falsch gefrühstückt, ey? Kids are online. Ja, ja. Bup. Oh, was ist denn da oben? Bomb. Zack. Neuer Renner weg. Ist das geil, ey. Ja, er hat mich reported. Nice. Wiese. Achso, ist meine Claymore oder unsere Claymore. Warte, warte. Warte, ich bin Hacker. Hacker. Bam, hast du es gesehen? Verdammt nochmal, ey. Guck mal, 8 zu 5. Aufgrund meiner geilen Hacks, ey. Boah, bin ich gut. Liebe Eltern, lasst eure Kinder nicht vor den Rächer, dann kommt sowas bei raus. Und dann dürft ihr euch auch nicht wundern, warum eure Kinder Hurensohn genannt werden. Warte, warte, warte. So, Hack anschmeißen. Aimbot. Aimbot ist an. Ah, da, hier, Aimbot. Bam. Hast du gesehen? Boah. Zack, gehackt. Hab genau gesehen, dass du vor mir rumliebst. Guck dir den Hack an. Ist der geil. Dafür hab ich 100 Euro bezahlt. Mega Hack, ey. So Killer. Aber jetzt mal im Ernst, warum geht denn hier nichts rein, ey? Ja. Nee, ich hab keine Lust mehr, ey. Der Server, der ist ja sowieso, äh, versaut mit Dreckskindern. Von daher werd ich jetzt mal offline gehen und dann ein anderes Video aufnehmen. Tschöö.